Ah, Weisendorf von Buckelsumpf, sehr schön. So, wir müssen da hin. Okay. Dann würde ich sagen Plötze. Na. So, ah, hier fährt der Weg lang. Okay. Okay, Plötze. Mein Gott, du dummes Tier. Also ganz ehrlich, ich habe den höchsten Respekt vor Pferden, ja. Pferde sind echt intelligent und schöne Tiere. Aber dieses Vieh hier, das ist doch... Ja, klar. Ich Idioten musste ja unbedingt da durchreiten. Pass auf, wir geben einfach mal Gas. Nee. Keine Ahnung. Konditen. Hier lassen wir einfach mal hinter uns. Aua. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Nein, nein. Schwer wegstecken. Cool bleiben, Leute. Was ist denn los mit euch? Ich will euch nicht überfallen. Die sind so schreckhaft. Oh, es nieselt. Okay, reden wir mal mit dem Dorf, Alter. Kannst du mal aufhören zu schreien? Oh Gott. Also. So. Schönes Dorf. Eine Perle der Sümpfe. Wenn du meinst. Und? Kommt ihr zurecht? Tja, irgendwie schaffen wir es von Winter zu Winter. Meister. Kennst du diesen Dorf? Ja, Meister. Wusste nicht, dass du zu ihm gehörst. Ähm. Du weißt also, wer mich geschickt hat. Gut, das macht es leichter. Vergib. Ich wusste nicht, dass dich die Herrinnen des Waldes schicken. Helfen sie euch oft? Nach dem Beschnitt gehört ihnen jedermann. Sie können hart sein, aber sie sind gerecht. Anspruchsvoll auch. Aber im Leben wird einem nichts geschenkt. Wer hat den Pesthauch vertrieben? Wer hat uns Saatgut gegeben? In den anderen Dörfern essen sie ihre eigenen Schuhsohlen. Uns hier geht es gut. Hm. Scheint tatsächlich was Gutes zu machen. Hast du von einer arschblonden Frau gehört, die bei den Herrinnen des Waldes war? Davon weiß ich nicht. Frag die Herrinnen, vielleicht antworten sie. Sie wissen alles, was in Wählen geschieht. Sie haben Informanten. Die Wälder lauschen für sie. Ein Wort zur falschen Zeit kann ihren Zorn heraufbeschwören. Doch sie hören auch Bitten und Gebeten. Einst verlor ein Schweinehirt eine Sau. Er saß weinend an der Wegkreuzung, als die Sau wie vom Teufel gejagt durch die Bäume brach und auf ihn zurellt. Okay. Hast du die Herrinnen des Waldes jemals gesehen? Nie. Sie zeigen sich nur den Außerwelten. Vielleicht werde ich auch eines Tages gerufen. Hm. Ich soll euer Problem lösen. Sag mir, worum es geht. Nur das Wichtigste. Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Sie liegen alle unter dem Baum beim Flüsterhügel. Flüsterhügel. Unbegraben. Väter, Söhne, Mütter, Töchter. Die Leute haben Angst, sie anzurühren. Dort musst du hin. Den finsteren Mächten Einhalt gebieten. Okay. Ein paar mehr Details wären schon nicht schlecht. Ich brauche mehr Details. Du musst es selbst sehen. Meine Uroma hat mich dafür verdroschen, dass ich beim Flüsterhügel war. Aber was dort jetzt geschieht, ist ein Wunder. Ein paar Leute sind hin, um die Bäume zu fällen und den verfluchten Boden wieder urbar zu machen. Sie sind nicht zurückgekommen. Der Boden unter den Büschen ist weiß von Menschenknochen. Okay. Wann hat all das angefangen? Vor drei Jahren. Ich weiß noch, ich ging an einem warmen Tag zu den Wildfallen. Ich zog einen Hasen aus der Falle. Da wurde es plötzlich, mitten am Tag, finster. Ich dachte erst, dass ein Sturm aufziehen würde. Dann hörte ich ein Kreischen, das mir fast das Trommelfeld zerriss. Der Hase verweste mir in den Händen und die Blätter wurden gelb, obwohl gerade mal Sommer anfang war. Seitdem herrschen schlechte Zeiten. Den Leuten werden die Zähne rabenschwarz. Die Frauen streiten sich wie Wildkatzen, wegen gar nichts. Die Kinder werden verkrüppelt geboren, lahm. Ein Bangen und Fluchen. Wir flehen seit langem um die Hilfe der Herrinnen. Ich guck's mir mal an. Die Herrinnen des Waldes kennen diese Macht nicht. Sie wissen alles. Die alte Tegla meinte, sie bestrafen uns, weil wir sie nicht mehr respektieren. Manche nennen sie sogar Hexen. Aber sie können es nicht sein. Sie haben ja dich geschickt. Ich sehe mich mal beim Flüsterhügel um. Sei vorsichtig, Meisterhexer. Unterschätzt dieses Böse nicht. Okay, gut Leute. An dem Punkt würde ich gerne einen kleinen Kack machen. Ähm, jo. Ist der gerade echt gegen mein Pferd gerannt? Die Trottel. Naja, gut. Denkt an alles, was mir lieb und teuer ist. Sprich, Likes, Comments, Abos. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's buy the Witcher. Oder halt, bis gleich. Ciao, ciao. Jo, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Genau, wir gucken uns jetzt mal an, was die Dorfbewohner hier tötet. Ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Das ist dort oben auf dem Berg. Dann Fragezeichen gleich nebendran. Okay, ähm, dann wollen wir da mal hin. Oh ja, da führt ein Weg hin. Sehr gut. Ähm, Plötze. Du dummes Pferd. Lauf, Plötze. So. Können wir auch ruhig mal ein bisschen Gas geben. Was jetzt, du Stück Dreck? Gott, echt jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ey, wo führt der mich denn lang? Das ist ja schrecklich, ey. Hallo? Ich will da hoch. Halt! Nicht halt. Wieso denn halt? Genau, einfach immer ran aus. Hab ich eigentlich die Scheukloppen für das Pferd gekauft? Nee. Na gut, schieben wir wohl nicht wichtig genug. Halt. So. Hier soll irgendwas... ...seins. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Irgendwas macht den Bösen nicht mehr. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Ist das so? Hm. Bisschen cool, oder? Na gut, da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir gehen erstmal da hoch zum Baum. Ne, markiere ich auf den Eingang. Eingang. Für den Eingang. Ach, das hier. Das ist die... Ah, ja, okay. Na gut, aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wie gesagt, die Fragezeichen... ...nehm ich mich später. Kommt aus dem Baum. Okay, ja. Die Leute sterben hier. So, ich geh mal hin zum Baum. Die alte Eichel. Das ist eine Eiche. Wow. Herrgott. Schreck mich da, bist du. Warte mal. Gibt's gegen die irgendwelche Öle? Ja. Ah, das ist Öl. Okay. Inventar. Einmal... Hab ich das? Das muss ich haben, ne? Geisteröl, Verfluchtenöl, Konstruktöl. Gift, da hängt ein Vampiröl, Bestienöl. Hier. Ähm. Ja. Ich glaube auf die Silberwaffe, ne? Ne, auf die, auf die andere Waffe. Inventar. Hm. Hm. So. Das hier war's. Bestienöl. Ja. Jetzt hab ich so beiden Waffen. Das sollte dann schon passen. Okay, warte mal. Hundetalg. Hundetalg. Sehr gut. Und mal Hexersinn herausholen. Das finde mithilfe deiner Hexersinn eine Passage, die unter den Hügel führt. Muss hier irgendwo sein. Hm. Das ist auf jeden Fall noch ein Wolf. Hm. Hm. So. Dumme Wölfe. Haben wir nichts entgegenzusetzen. Okay. Eine Passage unter den... Baum. Unter den Hügeln. Da ist was. Hm. Hm. Ach, das ist ein Schnellreisepunkt. Okay. Aha, okay. Müß ja irgendwo hier sein. Eine Wolfsleber. Ist ja vielleicht ein Eingang. Da hinten... ...irgendwas rot geleuchtet. ...warte mal. Ne, muss ja auch nur da oben sein. Na ja, aber warte mal. Dort ist ein Eingang. Halt, da ist was Rotes. Das ist ein Punkt, Leute. Den will ich mir schon holen. Ist völlig egal, was ich vorher gesagt habe. Ich hole mir jetzt diesen Punkt. Was haben wir hier? Shellcoat. Okay. 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 Ah ja, doch den Punkt will ich haben. Na. Wie ist denn los? Geh fort. Geh fort. Geh fort. Die Mächte beugen sich nicht. Ähm. Charakter. Ja, ich würde gerne... Ähm. Die Öle mal... Oder das hier. Ist wahrscheinlich auch absolut nicht dumm. Machen wir mal das hier. So. Wie viel Vergiftung habe ich jetzt plus gemacht? Ich setze das mal hier rein. Da haben wir da nämlich noch einen kleinen Bonus drin. Und... Unser Quentzeichen Dingens... Mh... Genau. Da wandert dann der nächste Punkt rein. Das machen wir mal hier hin. Die Zeichenintensität erhöht. Okay. Da ist ein Gegner, so wie es aussieht. Ah. Guckt mal. Hier geht's rein. Okay. Und jetzt ist wohl der passende Augenblick für Katze. Katze. Äh. Ah. Seht doch. 145. Leute, das hat sich richtig gelohnt. Äh. Ne, warte mal. Verbrauchen. So. So. Und ich will... Noch unser... Äh... Greifenabsud mal trinken. Erlittener Schaden erhöht die restliche Kampfdauer, den Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Wenn hier irgendwas Größeres drunter ist, dann ist das wahrscheinlich gar nicht dumm. Deswegen trinken wir das auch mal. Das ist kein Verabschut. Haarschleierlinge. Ne, das wird jetzt nicht gebracht und probieren wir es mal mit Igni. Ne, geht auch nicht. Okay. Dann müssen wir wohl hier lang. Und ich schwimmen. Hier tauchen wir mal wieder auf. Ja. Da unten ist etwas. Na. Das ist ja echt schwierig, da reinzukommen. Na ja. Na. Der will hier nicht tauchen. Ich schwimm erstmal ein Stückchen dahin. Und dann können wir doch jetzt sicher untertauchen, oder? Nein, der will nicht tauchen. Warum will der nicht tauchen? Hallo, ich will da unten ran. Was auch immer da ist. Der will nicht tauchen. Wieso taucht der nicht? Hm. Vielleicht erstmal kurz raus aus dem Wasser. Okay. Und dann mal reinspringen. Taucht er noch nicht. Der will nicht tauchen. Wahrscheinlich muss man das Wasser irgendwie ablassen. Und das taucht er nicht. Okay. Was ist hier? Die Wurzeln bewegen sich ziemlich arg. Ich frage mich, warum. Was willst du hier? Wozu das Blut vergießen? Bringst du mir den Tod? Oder ist meine Freiheit dein Wunsch? Was bist du? Ich wurde angegriffen. Dies ist mein Gefängnis. Eine belagerte Festung. Ich warte auf Mörder. Und mein Wald beschützt mich. Mörder? Mörderschwestern töteten meinen Leib. Ich jagen meine Seele, da ich ihnen trotze. Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis. Ich schützte das Gleichgewicht. Die Mummen töteten mich, verfluchten meinen Geist. Ich habe noch nie von einem ruiden Kreis entwehen gehört. Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen. Rutsche hilflos über Blätter. Dann kennst du die Mummen wohl gut. Sie sind Wählensfluch. Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles. Sie verweben Haare und Leben. Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch. Warum haben sie dich getötet? Die Mummen wollen dieses Land haben und allein im Wald herrschen. Ich war ihnen im Weg, musste also sterben. Ich sah Frauen und sogar Kinder tot auf diesem Hügel liegen. Wollten auch sie dich vernichten? Vor der Natur, dem Wald, der Erde, ist Tod gleich Tod. Sind alle Tode gleich. Ich weine. Ich jammere. Niemand hört mich. Du sagst, du seist gefangen. Wie das? Ich bin gebunden. Mit magischen Fesseln. Ich wandere endlos. Ein Blätterlabyrinth. Die Kinder. Ich weiß alles, was sie erwartet. Bitte befreie mich. Ich muss helfen. Wenn den Weisen etwas droht, helfe ich ihnen selbst. Die Kinder sind schon fort. Bitte befreie mich. Ich kann ein Sturm sein. Ein wilder Galopp. Ich rette sie. Nur ich kann es. Warum glaubst du, dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen. Sie kehren nicht zurück. Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen. Es ist zu spät. Es gibt kein Zurück. Und keine Straßen. Nach Art Zerbin. Sie werden alle sterben. Lass mich sie retten. Hm. Trauer ich dem? Als ehrlich, es sieht ziemlich bedrohlich aus. Aber ich weiß nicht. Oben auf dem Hügel waren auch noch hoffen Tote. Ich glaube, ich glaube. Aber andererseits, die anderen erfordern, wir haben Leiche im Keller gesehen und so, ist wahrscheinlich auch nicht besser. Ich helfe dem Ding mal. Wenn du die Weißen von der Wiese retten kannst, helfe ich denen. Ich werde sie finden. Ich werde sie finden. Befreien. Öffne die Tür meines Käfigs. Blut ist mein Entkommen. Es braucht ein Ritual. Das Schwarz von Rabenfedern. Das Weiß meiner Knochen. Und ein schnelles Ross. Eine Stute wild und frei. Von einer Wiese muss sie sein. Dunkel wie eines bodenlosen Brunnens Tiefe. Schwarz wie die Nacht selbst. Nur so ein Tier. Sammle diese Dinge und bring sie mir. Wozu brauchen wir ein schwarzes Wert? Das Tier und ich werden eins. Wie einst. Wir sind der Sturm. Nichts kann uns halten. Ein wildes Ross. Von feuchten Wiesen. Hm. Ich habe die Rabenfeder. Finde meine Überreste und bring mir ein Ross. Ein Ross, schnell wie der Wind. Ein schwarzes Pferd aus Sturm geboren. Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen liegen in einem einsamen Hügelgraben. Nicht weit. Nicht weit. Gen Westen. Ich hole alles, was du verlangst. Dann komme ich wieder. Kehr zurück. Zu den Tiefen des Hügels. Zum verrotteten Herz des Baums. Durch dich mein Herz. Lass Blut fließen. Um aufzuerstehen, muss ich erst verschlungen werden. Geh jetzt. Kehre durch den Gang zurück, den ich geöffnet habe. Hm. Finde die Knochen des Geistes, der unter dem Flüsterhügel gefangen ist. Mit Hilfe deiner Hexe sein. Ja, erst einmal Weltkarte. Ne? Ach, ist echt gleich um die Ecke. Okay, da kann man auch hinlaufen. Ja, Plätze lassen wir mal stehen. So. Oh ja, ein Wasserrett. Aua. Halt, warte mal. Äh. Mikrophagenöl, bitte. Ja. So, das war's dann wohl. Seilsenzen. Gut. Ein Hügelgrab. Ah, mit Hilfe. Ah ja. Hier ist ein Hügel und ein Grab. Okay. Sieht doch gut aus. Seltsame Knochen. Sie sehen nicht menschlich aus. Ja. Nach was sehen die denn dann aus? Warte mal. Questgegenstände. Ah. Weibliche Überreste. Objekt zum Abschließen. Ja, okay. Mhm. Bringt uns auch nicht weiter. Ähm, wie weit müssen wir denn jetzt? Wo müssen wir denn hin? Für irgendeine Wiese. Ah, jetzt schon ein Stück. Plätze. Schneller. Langsamer. Ja, da hoch. Nee. Doch, hier. So, wunderbar. So, ich geh einfach mal gerade aus drüber. Bewachter Schatz. Das mussten wir uns jetzt noch nicht einkommen. Gott, das Pferd, ey. So. Hier einfach den Weg folgen. Das hilft mir doch weiter. Ah, Pferde. Ja. Na gut, Katze ist gleich vorbei. Also schwarz-weiß kann ich die Schwarze nehmen. Ich zähle mal ein Wildpferd mit dem Axi-Zeichen und sitze auf. Okay, um Axi. Okay. Bringt noch Schwarz Pferd zum Hügel im Festerwald. Okay. Ach, hier ist ein Weg. Okay. Okay. Okay, das Axi-Zeichen hätte man in Red Dead Redemption echt mal brauchen können. Na, bist du wohl. Ja, dann müssen wir. So. So, einmal da rein, bitte. Hey! Okay, warte mal. Okay. Können wir wohl hier oben nicht benutzen? Lange hier unten auf dem Pferd. Wenn ich Fackel und Laterne. Macht aber nichts. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Ich habe im Wald tote Frauen und Kinder gesehen. Du hast Menschen getötet, die keine Bedrohung waren. Der Wald hat sie getötet. Für die blinde Natur ist jeder Tod gleich. Ich bin immer noch zweifeln. Egal. Entscheidung muss gefällt werden, ne? Wir helfen. Dem Ding. Was auch immer es sein mag. Hier sind die Rabenfäder. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Schwarze Schönheit. Okay. Diamantstopp. Schön, schön. Okay, warte mal. Jetzt gehen wir nochmal da hin und gucken, wie es mit dem Wasser hier ausschaut. Hier. Hm. Scheinbar nicht. Würd ich echt gerne, dass etwas drin liegt. Gehen wir mal hier lang. Ah, okay. Ich hoffe, der hier. Na gut. Das Medaillor vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, das ist in der Tat ein Ort der Macht. Ah. Ist das der Dorf, welches ist? Ist das der, ne? Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ähm. Das willst du nicht wissen. Glaub mir. Das willst du nicht wissen. Was hast du getan? Ach. Spielt keine Rolle. Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Das dachte ich mir. Die Mumen, hier nennt sie Herren in des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie machen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Deutsch. Bin gleich zurück. Irgendwas stimmt doch nicht. Ah. Ah. Gott, Junge. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... überwählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ah, das ist echt eine harte Nummer. Scheiße. 250 Jahr Warnungspunkte. Das ist schön. Die Jägerstiefel. Die Jägerhandschuhe. Coole Sache. Statt dein Schwert weg, Junge. Statt dein Schwert weg, Junge. Ja, irgendwann haltest er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, geh damit! Ich bin nicht! Stasche, Stasche! Es ist nicht Stasche! Stasche, Stasche! Es ist nicht Stasche! Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind umherzig. Aber du, du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt! Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Die Frau, die für die Kinder sorgt. Sie trägt eine Schuld ab. Sie ist freiwillig hier. Sie ist verrückt. Sie wusste, was unser Pakt bedeutet, als sie ihn einging. Wir halten ihr. Sie versprach uns zu dienen. Jetzt trägt sie das Zeichen. Sie ist unser. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Hm. Hm. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, Hapelermann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ja, so. Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Urlauen hast du uns also. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hinkönnen. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Hm. Ich trau den Munen immer noch nicht. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Ah, so nennst du das. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Wenigstens haben sie Sinn vor. Wie gehst du uns? Ja, eher nicht, nein. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, ich würde mit dir verwoben sein. Ich werde deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Ist ja diplomatisch gelöst. Unser Abkommen. Mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen. Aschblond. So nennen sie das. Fingerdünn. Verstört und erschöpft. Und sie kann stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh. Ein ungezogenes Mädel. Verschlagen. Bockig. Selbstsüchtig. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast du lange nicht gesehen? Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert. Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Okay. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Die Musik ist geil. Wir wussten, dass jemand das Sonderes kann. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ormen. Wir sahen ihr Ebenbild, wie eine Fata Morgana in einer Pfiffe. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Sie fielen uns in die Hänge. Älteres Blut. Die, das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Laden. Kommt, Schwester, nicht getrügelt. Der Tisch ist gedeckt. Der Kessel brudelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Im Leeret kriegt sie, ja, ja. Aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Ich will ihre Füßchen. So dick. Perfekt für eine Brüche. Ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das willst du berollen, Mädchen. Bitte berollen. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Wenn du als Zirriller spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Okay. Wow. Wir kommen nicht. Komm zurück. Wir kommen nicht. Aber die hat's drauf. So kann ich verwischen. Das macht viel Schade. Das ist cool. Also mandatory. Der Kurt Schwung. Der Kurt Surenet. Wie geht's Disch? Wie geht's Disch? Weck, weck, weck. Was was? Ich lauf einfach mal. Au, die Regeln rät sich von selber wieder. So gut. Aber coole Kräfte hat sie da. Hm. Sie hat sich auf dem Wurm versteckt, ja? War das der Baum? Wäre möglich, ja? Ja, dann ist sie gestolpert. Und dann? Hm? Ihr wolltet sie töten? Sie schlachten wie ein Tier beim Fressen. Ihr Blut und ihr Geschmack haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist. Ihr habt versucht, sie zu töten. Das vergebe ich euch nicht. Sinnloses Gerede. Unsere Schicksale sind für wahr verbunden. Doch das trägt jetzt noch keine Früchte. Jetzt sollst du Schatten jagen und in den Müll wandern. Wenn du sie siehst, wird sie ein Trugbild sein. Und wenn du sie findest, dann wird sie sterben. Wir sehen uns. Hübscher Ritter. Die sind schon ein bisschen durch. Charakter. Ah, ja. Sieht nach Regen aus.